Mir ist kalt, es ist unangenehm. Da wird schon mehr nach den kleineren Zahlen gesucht. Ne Fünn, fehlt ein gewisser Duft. Jeremy Fragrance hat das aber doch auch so offen. Der ist auch anstrengend. Power! Wir hatten mal wieder eine sehr dumme Idee. Wir haben Daniel bei minus 5 Grad nach draußen geschickt, um ein Pheromonenparfüm zu testen. Nimm du auch nochmal eine Nase? Das sind diese Parfüms, die euch angeblich attraktiver machen. Der absolute Frauenmagnet. Du spielst mit dem Willen eines anderen Menschen und er weiß darüber gar nichts. Das behaupten zumindest merkwürdige Online-Händler, wie zum Beispiel Blumen. Bei denen haben wir für 24,99 Euro dieses kleine Fläschchen hier gekauft. Und dazu gibt es bei TikTok große Versprechungen. Wo soll ich anfangen? Jeden Mann, den ich begrüßt habe. Das war so ein, halt mich fest. Oder so, hey, siehst gut heute aus. Ich glaube tatsächlich, dass es unterbewusst irgendwas macht. Und du wirst überrascht sein, wie dein Umfeld dir plötzlich nicht mehr widerstehen kann. Wie Daniels Test ausgegangen ist und was die Wissenschaft zum Thema Pheromone sagt, das seht ihr in diesem Video. Daniel, hast du mal Telefonnummern mitgebracht? Von der Seelsorge? Ja, immerhin eine. Hi, wir sind offen und ehrlich. Und wenn du es mit Glocke abonniert hast, poste diesmal bitte den Hashtag in die Kommentare. Wir schalten direkt weiter zu Kim in ihre kleine Spürnase. Ach Kim, kuschel ich bei dir? Ja, Robert. Attraction ist ja auch eine Chemical Reaction. Ja, ich sehe da viel Chemical Reaction bei dir im Hintergrund. Reaction. Ach, als würde ich das Inselradio Mallorca hören. Das hören wir immer, wenn wir auf Mallorca sind. Und dann kennst du dieses Werbespottbild. Immer. Ständig. Ständig, wenn ich auf Mallorca bin. Du, wenn ich, wenn ich... Erst letztens noch vor zwei Wochen, als ich auf Mallorca bin. Und in zwei Wochen, ja wie? Zurück zum Thema, Kim. Wir haben ein Parfüm von Blumen bestellt und haben das hier erhalten. Das ist ein ganz anderes Parfüm. Das ist von der Marke Venom. Bezahlt haben wir 24,99 Euro. Und es ist noch nicht mal ein Parfüm, sondern hier so ein Roll-on. Also diese Idee zu dem Produkt, die stammt aus Süditalien. Aus einem lokalen Familiengeschäft in einer malerischen kleinen Stadt in Süditalien. Und wie wir alle wissen, in Süditalien ist die Liebe zu Hause. Das Lied der Liebe erklärt. Entschuldigung, das war ja Südtirol. Ich meinte natürlich Süditalien. Und eigentlich kostet es auch nicht 24,99 Euro. Dies ist eigentlich ein kleines Schnapperchen, ne? In China bei so einem Versandhaus, ne? Da gibt es das schon für 46 Cent. Die Beschreibung ist auch tiptop. Es ist nicht nur eine Parfüm, aber auch enthält Sexpheromonen. Nur wie was Menschen produzieren, natürlich. Wir haben die Frauenedition bestellt, also das ist eigentlich für Frauen, die Männer bezürzen wollen. Aber wir haben gedacht... Excuse me? Wir haben 2023. Ist uns doch egal, wen Daniel hier bezürzen will. Date is Date, sag ich immer. Hahaha! Und ich frag mich jetzt, was wird gleich passieren, wenn wir Daniel damit einreiben? Auf der Homepage steht ja, dass 94 Prozent von deutlich mehr Aufmerksamkeit durch Männer im Alltag berichten. Und 90 Prozent wurden nach Auftragen von Bloom auf ein Date eingeladen. Bei ihr hier hat es angeblich gut funktioniert. Jeden Mann, den ich begrüßt habe, das war so ein... Halt mich fest! Oder so, hey, sie ist gut heute. Und wir haben das Original gefunden. Und das spricht sie überraschenderweise von einem ganz anderen Parfüm. Ich kann es euch empfehlen. Sieht man auch, wenn man die Flaschen mal miteinander vergleicht. Unser Venom da sieht ja komplett anders aus, wie das, was die da in der Hand hält. Wir haben diese TikTokerin übrigens auch mal angefragt, wie sie das findet, dass irgendeine random China-Firma einfach ihre TikToks klaut und für die eigene Werbung benutzt. Leider keine Antwort bekommt. Mit diesem Spirit würde ich erst mal sagen... Power! Du hast mir gesagt, ich soll das machen. Does this smell sexy? Ja, Robert, und? Spürst du schon den Duft der Liebe? Kribbelst schon irgendwo? Uh... No! Uh, Daniel, als hättest du so einen Klostein, so Duftrosen oder sowas, auf deinem Hals aufgetragen. Achso, warte, dann ist das mein normales Parfüm. Das riecht wirklich so, wie wenn man irgendwie bei seiner Family ins Badezimmer kommt und die haben da so Duftstäbe drin, aber schon seit einem halben Jahr. Die Leute werden dich gleich raten auf der Straße. Also wir haben hier Ziffern vorbereitet, von 10 bis 1. Ich weiß nicht, ob wir die 10 direkt mal hier lassen sollten. So, du hast sogar noch auf die 0 bestanden. Und das ist okay für dich, wenn die Leute dich jetzt einschätzen? Ha, 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 ha! Das ist doch jetzt gar nicht mehr die Frage. Ist das okay für dich? Haben wir einfach so gemacht. Was würdest du dir denn selber geben? Ja, jetzt so ohne Parfüm ist natürlich ganz schwierig. Also da kommen wir über die 2 nicht hinaus. Da bin ich ehrlich. Daniel, du bist zu streng mit dir. Also ich würde für die Augen würde ich dir noch einen halben Punkt mehr geben. Die sind so schön blau, da kriegst du von mir auf jeden Fall eine 2,5. Hä, deine Augen, Daniel, war der Star in unserem letzten Video. Ja, das stimmt. Eigentlich sollten wir dich mit verbundenen Augen testen in der Fußgängerzone, weil die verfältigen komplett das Ergebnis. Mir ist kalt, es ist unangenehm. Ich finde, glaube ich, nichts daran gerade gut. Aber na klar, jetzt lasse ich mich erst mal bewerten, ohne Parfüm. Können wir bitte reingehen? Hi. Wir machen ein nicht-wissenschaftliches Experiment und du musst einfach nur bewerten, wie attraktiv du mich findest auf einer Skala von 0. Alles klar. Das war eine 0, auch wenn nicht ausgesprochen. You just need to rate me how attractive I am. From 0 to 10. Power. Ich trau mich irgendwie nicht so zu schreien, weil ich glaube, sie hätte mir rausgeworfen. Power. Da wird schon mehr nach den kleineren Zahlen gesucht. Eine 5. Fehlt ein gewisser Duft? Das ist ein Hemd. Nee, das ist auch ein Hemd. Hab ich dafür die 5 Punkte bekommen oder Punkte abgezogen bekommen? Abgezogen. Jeremy Fragrance hat das aber doch auch so offen. Der ist auch anstrengend. Nur 8? Ich finde dich sehr sympathisch vom Auftritt her so. Eine 5. Okay, woran liegt's? Hm, Geschmackssache würde ich sagen. Ach Leute, das ist alles, alles an diesem Dreh ist unangenehm. Wirklich. Warum eine 6 nur? Also ich meine, da wäre ja noch Platz nach oben. Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt am fehlenden Duft. Ja, Robert, nee, wir haben den Dreh schon konsequent durchgezogen doch. nö, wir haben ja keine Zeit verspendet. Wir haben jetzt einen offiziellen Zwischenstand, Daniel. Das ist hier dein Attraktivitätswert. Wir blenden ihn gerade mal ein. Was sollte gleich passieren, wenn er diesen Duft aufträgt? Daniel sollte attraktiver werden? Oha, und das soll durch Pheromone passieren. Aber was genau sind denn Pheromone und wie wirken die? Das hat sich Raphael für uns mal genauer angeschaut. Pheromone kennt man vor allem aus der Tierwelt. Das sind Botenstoffe, mit denen Tiere Informationen austauschen können. Zum Beispiel beim Seidenspinnerweibchen. Das ist so eine Art Schmetterling. Und das Weibchen kann einen Sexuallockstoff absondern, der auch noch Kilometer weit entfernt von den Männchen wahrgenommen werden kann. Die Männchen checken das dann, kommen zum Weibchen und das Ergebnis vom Ganzen ist dann Liebe. Okay, zurück zu unserem Parfüm. Da sind also angeblich Pheromone drin. Ich zitiere mal von der Website. Die enthaltenen Pheromone sind wissenschaftlich nachweisbar, maßgeblich dafür entscheidend, wen wir attraktiv finden und wen nicht. An der Stelle haben wir uns gedacht, fragen wir doch einfach mal einen Wissenschaftler, nämlich Prof. Dr. Clemens Stjördkuhl. Ich bin Professor hier an der Ruhr-Universität in Bochum. Und wir befassen uns mit den sensorischen Systemen. Man kann also sagen, Sie kennen sich sehr gut mit dem Riechen aus. Das glaube ich ja. Auf der Website schreibt das Unternehmen, die enthaltenen Pheromone sind wissenschaftlich nachweisbar, maßgeblich dafür entscheidend, wen wir attraktiv finden und wen nicht. Liegt es denn wirklich nur an den Pheromonen, wen wir attraktiv finden? Nein, definitiv nicht. Und es ist ja immer ein guter Verkaufsschlager, Pheromone einzusetzen, um zu sagen, man ist dann attraktiv. Und haben Pheromone irgendeinen Effekt bei Menschen oder kaum? Oder kann man es nicht sagen? Das kann man eigentlich nicht so richtig sagen, weil man bisher noch nicht in die Pheromone identifiziert hat, die bei Menschen tatsächlich das bewirken, was so in der Parfümindustrie prognostiziert wird. Weil von dem, was ich jetzt bisher über Pheromone gelesen habe, ist es aktuell gar nicht wirklich möglich, Pheromone in so eine Flasche reinzustecken, menschliche Pheromone zumindest. Genau. Also es gibt nämlich die menschlichen Pheromone noch gar nicht. Das hat das noch gar nicht richtig identifiziert. Also ist es nach aktuellem wissenschaftlichen Stand nicht möglich, dass in dieser Flasche hier menschliche Pheromone drinstecken. Ich weiß nicht, was die verwendet haben. Es wird wahrscheinlich irgendeine Komponenten aus dem Schweiß sein, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, davon können wir nicht ausgehen, dass das wirklich Pheromone sind. Wir haben ja eben auch ein Video gesehen, wie hoch die Erfolgsquoten sind mit Blumen. 94% berichten von deutlich mehr Aufmerksamkeit durch Männer im Alltag und 90% wurden nach Auftrag von Blumen auf ein Date eingeladen. Ist das denn irgendwie nachvollziehbar für Sie, diese Werte? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das eine Substanz ist, die sehr angenehm riecht. Und wenn man jemanden vor sich hat, der angenehm riecht, dann ist man natürlich auf ihn aufmerksam. Das ist ganz klar. Okay, Daniel, ich würde mal zusammenfassen, deine Chancen eher schwierig. Aber gut, das bist du ja so gewöhnt in deinem Leben. Damit kommst du klar, oder? Wenn man mir Duftsteine in den Weg legt, dann steige ich drüber. Deswegen, Daniel, würde ich sagen, roll on. Also sprühe dich mal, reib dich mal so richtig ein mit dem Zeug und gucken wir mal, ob die Leute dir jetzt ein bisschen mehr Punkte geben. Ich habe hier ein Pheromonenparfüm. Ich trage das jetzt auf. Letztes Mal habe ich einen totalen Ausschlag bekommen. Okay. Macht einen Unterschied. Das ging sehr schnell. So ein bisschen näher, komm, vielleicht hilft das. Also wirklich, an der Stelle habt ihr beide den gleichen Gesichtsausdruck. Muss ich ganz kurz mal analysieren. Das ist ein bisschen, was ich persönlich angesprochen habe. Das ist Zufall. Du hast nicht deine Schwester gesagt. Gibt mir auch zehn Minuten Fragen. Hä, vor allem, ihr guckt auch beide gleich lustig. Also das finde ich halt lustig. Beide guckt ihr so verschmitzt. Ja, das ist okay. Oh, fuck, ist das kalt. Ihr sagt mir, wenn meine Nippel durchs Hemd schneiden, ja? Das ist ja voll cool. Nimm doch noch mal eine Nase. Nein. Von uns beide. Von euch beiden? Von uns beide. So eine stabile Sieben oder so. Was würde denn fehlen zur zehn? Also was ist denn nicht perfekt? Nimm noch mal einen Schnuff, komm. Ah, nee, aber... Nimm noch mal, komm, riech doch noch mal. Oh, komm. Oh, immer wenn der Wind kommt, sterbe ich innerlich ein bisschen mehr. Okay, und jetzt sind wir sehr gespannt, wie sich das Ergebnis verändert hat, nachdem du das Zeug aufgetragen hast. Trommelwirbel. Jetzt halte ich fest, es hat sich gelohnt. Und zwar, ich habe eine 6,8 bekommen. Ah, eine 8,6, Daniel. You wish. Wow. Wir müssen auch noch gegenrechnen, dass ja beim zweiten Test das Licht aus war. Also es war ja draußen im Dunkeln. Kann das wirklich an dem Auftrag von dem Parfum liegen, dass er auf einmal attraktiver geworden ist? Ja, das kann sein, weil das Parfum, ich kenne es halt eben nicht, hat ehrlich angenehme, frische Duftnoten oder blumige Duftnoten. Und die schlagen natürlich dann sofort in das lympische System, das ist das Gemütszustand. Das hat dann Einfluss drauf. Und wenn irgendwas dieses Ergebnis beeinflusst hat, dann war es eher der Duft von dem Parfum hier und nichts, was mit Pheromon was zu tun hat. Genau. Ja, also ich würde dieses Kapitel in meinem Leben jetzt auch gerne beenden, wenn das okay für euch ist. Weitermachen, Power, Power, Power. Ich liebe euch. Bis dann. Peace. Ja, Daniel, deswegen darfst du als Belohnung jetzt noch eine Katze ansagen. Aus der Community könnt ihr uns immer schicken an offenundehrlich.tsr.de. Jetzt kommt eine Community-Katze für euch. Ihr könnt noch ein anderes Offen und Ehrlich-Video schauen oder ihr schaut euch quasi den Hellfire Club von Funk an. Die Würfelbande mit einem neuen Video. Über Pen & Paper. Also, verdammt, jetzt wirkt das Parfum auch noch.